Über die Toten nichts außer Gutes, sagten schon die alten Römer. Und so hat der tödliche Autounfall des österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider die Spitzenpolitiker seines Landes heute vor die nicht ganz einfache Aufgabe gestellt, den Toten zu würdigen, ohne so zu tun, als sei er ein Politiker wie jeder andere gewesen. Sie haben es dann recht geschickt gemacht. Bundeskanzler Gusenbauer sagte, Haider habe die österreichische Innenpolitik über Jahrzehnte geprägt. Präsident Fischer beschrieb ihn als einen Politiker von großer Begabung und Talent. So kann man das wohl sagen. Aus Österreich berichtet Klaus Brandpass. Gegen 1.15 Uhr verunglückte Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider tödlich. Am Ortsausgang von Klagenfurt verlor er nach einem Überholmanöver die Gewalt über das Steuer. Der Wagen streifte mit überhöhter Geschwindigkeit eine kleine Betonmauer und überschlug sich mehrfach. Haider starb auf der Fahrt ins Krankenhaus. Er war auf dem Heimweg von einem Fest einer Werbeagentur. Die sind die letzten Bilder vom Vorabend. Vor dem Sitz der Landesregierung legten viele Menschen Blumen nieder. Jung und alt wollen dem Toten Jörg Haider letzte Referenz erweisen. Haider hat die Politik der letzten 20 Jahre in Österreich zweifellos mitgeprägt. Er polarisierte und erzielte mit rechtspopulistischen Thesen Erfolge. So einen Menschen gibt es nicht mehr, was der Jörg Haider war. Er hat für jeden Menschen was getan. Er war für alle da. Seine unmittelbaren Mitarbeiter können den Tod noch nicht fassen. Ich werde ihn wahnsinnig vermissen. Er war mein Lebensmensch. Er war mein bester Freund. Ich sage einfach, danke Jörg, wo immer du jetzt auch bist. 1986 eroberte Haider in einer Kampfabstimmung die Parteiführung der Freiheitlichen und verschob damit die Koordinaten nach rechts. 1989 wurde Haider erstmals Landeshauptmann in Kärnten. Das blieb ja mit kurzer Unterbrechung bis zu seinem Tod. Mit ausländerfeindlichen Sprüchen errang Haider 1999 Platz 2 bei der Österreichwahl. Wir können nicht mehr mehr aufnehmen, weil bei sieben Millionen Österreicher haben wir bereits eine Million Ausländer im Land. Es muss einen Einwanderungsstoff geben. Sein größter Triumph, Wolfgang Schüssel, Chef der Volkspartei, holt Haider in die Koalition. Die Mitglieder der Europäischen Union reagierten empört und isolierten Österreich diplomatisch. In Wien demonstrierten Tausende gegen die Rechtspopulisten in der Regierung. Nach den Parlamentswahlen in Österreich vor zwei Wochen wird die Regierungsbildung schwieriger. Haider punktete überraschend und spekulierte bereits wieder auf Regierungsbeteiligung. Ohne Haider wird eine große Koalition wahrscheinlicher.